Meine Damen und Herren, in unserer Reihe, das Filmfestival, zeigen wir nun den amerikanischen Spielfilm The Folk, Nebel des Grauens. Als während der Geisterstunde eine unheimliche Nebelbank auf ein kleines kalifornisches Fischernest zuwandert, passieren dort plötzlich unheimliche Dinge. Die schaurig schöne Gruselballade von John Carpenter aus dem Jahre 1979 setzt natürlich bei Ihnen, den Zuschauern, gute Nerven voraus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020